Was geht ab, meine XRP-Freundinnen da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video. Es ist Freitag und somit wieder Zeit, einen kleinen Blick auf unseren XRP-Chart zu werfen. Und natürlich auch auf die aktuellsten News. Das werden wir natürlich gleich tun, in den kleineren und auch in den größeren Timeframes. Doch bevor wir starten, lasst dem Video trotzdem schon mal gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen rein. Schon wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Und ja, damit würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und schauen uns den Chart mal an. Und diese Woche ging es ordentlich bergab. Nachdem wir letzte Woche hier bereits schon unseren Support verloren haben oder darum gekämpft haben, sagen wir jetzt einfach mal um diesen Abtrend hinab, ging es dann diese Woche nochmal deutlich, deutlich nach unten. Und in der Spitze waren wir hier auf knapp 0,47 US-Dollar-Cent. Das heißt, unser Abtrend ist erst einmal komplett hinfällig. Wir haben die Chance leider nicht nutzen können, das obwohl wir hier oben viermal rejected worden sind. Das heißt, der Widerstand nach oben hin wurde viermal rausgenommen, viermal weniger Liquidität entzogen. Und trotzdem hat im Endeffekt der Schwung nicht gereicht. Weniger überraschend hingegen ist, dass wir hier unten immer noch unseren sehr, sehr großen WIG haben. Egal auf welchen Timeframe wir gehen, ein Stunden, vier Stunden, vier Stunden gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser sogar. Dieser noch gefüllt werden sollte, meiner Meinung nach. Das haben wir ja schon damals, wo dieser WIG entstanden ist, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, genauso damals wie im Endeffekt unser Pump hier innerhalb kürzester Zeit gefüllt wurde, dass im Endeffekt auch dieser Dump hier früher oder später wieder gefüllt werden sollte. Wir haben ihn nicht auf allen Börsen, aber auf den meisten. Deswegen werden sich die großen Fische, sage ich mal, nicht diese Chance entgehen lassen und die Liquidität hier im Endeffekt wieder abholen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt weitere Abverkaufswellen sehen in den nächsten Wochen. Nicht schlagartig möglicherweise, aber langsam und zäh, dass der XRP-Kurs immer tiefer geht, bis wir dann irgendwann hier unten unsere Zone von 0,42 US-Dollar-Cent oder sogar 0,41 US-Dollar-Cent erreichen. Das ist momentan so ein bisschen das Primärziel, was ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir hier weiter abverkauft werden. Support-technisch sieht es halt jetzt erst einmal mager aus auf dem Vier-Stunden-Timeframe. Wir haben, wie gesagt, jeglichen Support verloren. Wenn wir uns mal das Golden Pocket hier ansehen, sehen wir, okay, erster Support, jetzt sogar bis zum 0,786er und da kämpfen wir gerade darum und es sieht nicht wirklich gut aus, dass wir hier ein bisschen Support reinkriegen. Eine Erholung ist auf jeden Fall drin, würde ich nicht ausschließen. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz das Fit-Level von unserem letzten Top bis zu unserem derzeitigen Tief anschauen, ist eine Erholung hier mindestens bis zum 0,05er drin, das heißt die 0,51. Da können wir nochmal hochgehen, wenn Bitcoin sich natürlich auch noch mit erholt, um dann möglicherweise die nächste Welle abzuverkaufen. Das ist erstmal so ein bisschen das Primärszenario und wenn wir uns dann mal auch die News angucken, der ist jetzt nicht, XRP erregt Aufmerksamkeit da, Wales 55 Millionen Token abstoßen. Also auch hier werden Token abgestoßen, hat man da natürlich auch am Kursverlauf gesehen, dass es diese Woche ordentlich nach unten hingegen, also Großinvestoren, Wales verkaufen XRP, auch wenn es immer so viele gute News gibt über XRP, werden auch hier Token und Gewinnmitnahmen natürlich gemacht und ich glaube, die werden sich genau das gleiche denken im Endeffekt, dass dieser WIG, den wir jetzt gerade angeguckt haben, hier früher oder später auf jeden Fall noch gefüllt werden sollte. Das ist eigentlich das Hauptargument, dass der Kurs noch weiter abverkauft wird und das sind dann hier unten auch mögliche neue Buy-Zones für alle da draußen, die noch XRP kaufen möchten oder nochmal ein bisschen mehr dazu akkumulieren möchten. Also überlegt euch das gut, jetzt hier irgendwelche Long-Positionen aufzubauen. Kurzfristig ist es auf jeden Fall möglich. Wie gesagt, 0,51, 0,52 ist so maximal bis zum Golden Pocket. Ich rechne aber eher sogar mit dem 0,5, weil hier die Ineffizienz im Endeffekt dann gefüllt werde und dann hätten wir hier die nächste Abverkaufswelle. Gleichzeitig noch, Finanzchef von Ripple verlässt Unternehmen im Zusammenhang mit SEC-Gerichtsstreit. Also auch hier verlässt mal wieder jemand das mögliche sinkende Schiff. Nee, Spaß, das ist ein bisschen übertrieben, das zu sagen. Aber wieder verlässt ein wichtiges Tier XRP. Ob das jetzt wirklich mit dem Prozess zusammenhängt, sei einfach mal dahingestellt. Aber wie gesagt, Führungsposition verlässt XRP. So, blicken wir jetzt nochmal zum Schluss auf den Daily-Time-Film. Wie sieht es dort aus, haben wir nämlich letzte Woche nicht gemacht. Dort im Endeffekt gleiches Szenario. Wir haben abnehmendes Handelsvolumen, kein wirklicher Startschuss für einen möglichen Mega-Pump, den manche hier hervorschwören. Manche sehen ja immer noch bis Dezember 1000 Dollar oder mehr. Sorry, kann ich euch sagen, wird nicht so passieren. Safe nicht. Ansonsten, Daily, wie gesagt, dieser Wig ist auf 1 Stunden, auf 4 Stunden, auf 12 Stunden. Ist völlig egal, dieser Wig muss gefüllt werden. Der sieht sowas von ugly aus. Hier liegt auch die meiste Liquidität. Von hier aus haben wir erstmal den Re-Pump dann bekommen. Aber wie gesagt, die Liquidität liegt hier unten kurzfristig. Erholung drin, laut Daily auch. Und ansonsten, wie gesagt, wir befinden uns technisch gesehen noch in einem Abtrend. Ganz, ganz wichtig. Ihr seht hier die Marke von ungefähr 0,47 US-Dollar-Cent. Dort haben wir auf Daily-Sicht eine schöne Demand-Zone als Support. Natürlich wurde die schon durch die Wigs durchbrochen, aber das ist natürlich auch unser letztes Tief. Sollte dieses wirklich mit Daily-Sicht durchbrochen werden, dann müssen wir wirklich aufpassen, weil dann könnte sogar hier unten die Range zwischen 0,40 und 0,30 nochmal interessant werden. Es gibt Leute, die wirklich nochmal von 0,23 US-Dollar-Cent ausgehen. Sehe ich derzeit noch nicht. Sollten wir aber hier wirklich einen Trendbruch sehen und einen massiven Abverkauf und hier unten nicht mal den Support halten, dann ist das auch möglich. Soll jetzt aber keine Horror-Prognose sein, sind einfach Möglichkeiten. Gut, damit würde ich sagen, beenden wir das Video für heute wieder. Gerne wie immer Like dalassen, Abo dalassen. Wir hören uns nächste Woche zu einem neuen XRP-Update-Video wieder. Und ansonsten gibt es von meiner Seite aus nichts zu sagen. Wir hören uns morgen früh dann zum Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto und einen guten Start ins Wochenende und hört euch die neue Podcast-Folge an. Ganz, ganz wichtig.